jetzt geht es wieder weiter Spanien gegen Holland alle freuen sich auf das Spiel und wir feiern alle jetzt schon mit heute Spanien gegen Holland wie wird das Spiel enden 2-1 hoff ich mal für Spanien 2-1 2-1 ok 2-1 vielleicht unentschieden und was erhoffst du dir vor der diesjährigen WM dass die Spanier ziemlich weit kommen und die Deutschen naja als Zweiter mein Herz schlägt für Deutschland aber heute bin ich für Spanien ich glaube wir werden Weltmeister ich hoffe auch und wie findest du hier Party und Fußball im Megapark 5-1 für Holland wer hätte das gedacht haben wir jetzt schon vielleicht einen neuen Favoriten für die Fußball-Weltmeisterschaft ich freue mich auf jeden Fall schon auf Modak denn dort spielt Deutschland und ich gehe erst mal feiern